Herzlich willkommen zurück nach einer hier in Heilbronn auf alle Fälle wahnsinnig gesunden und erquickenden Mittagspause. Also ich kann euch da draußen im digitalen Raum nur empfehlen, nächstes Mal nach Baden-Württemberg zu kommen. Ihr würdet euch freuen. Von heute Morgen Obst, Gemüse, köstliche Dinge, wahnsinnig nette Menschen. Also kurz zum Thema, was uns jetzt erwartet. Aktuelle Einblicke in den Innovation Park Artificial Intelligence mit dem schönen Namen Epi abgekürzt. Wie wir vorhin schon kommuniziert haben, sind die beiden EinspringerInnen, weil nämlich Johannes Gebert erkrankt ist und wir freuen uns deswegen jetzt genauso und mit donnerndem Applaus auf Dr. Benjamin Schiller und Anna Wacker. Herzlich willkommen auf der Bühne. Danke. Bis dann. Ich sage zwei Takte zu euch und dann sagt ihr mir, ob das stimmt. Benjamin, du bist verantwortlich für Finanzen, Bau und öffentlichen Sektor und Anna, du für Operations, Co-Operations und People and Culture. Ist das soweit ungefähr richtig aufgeteilt? Das ist vollkommen korrekt. Das ist vollkommen korrekt. Status Quo heute noch. Bitte? Morgen sieht es vielleicht schon wieder anders aus. Ich komme mal zu euch. Es ist so eine riesige Distanz. Nehmt uns mal mit ins Epi für all diejenigen, die es nicht kennen. Warum ist das Epi ein Quantensprung in der Entwicklung, die wir brauchen, um weiter in Geschwindigkeit voranzukommen in dem Sektor, den wir hier seit gestern diskutieren? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde gleich mal mich da einsteuern. Obwohl du männlich bist, darfst du als erstes. Bitte, dann wäre die Spaß. Das kann ich dann auch gerne ergänzen und dann mit sich einschwingen. Letzten Endes, ja, warum brauchen wir so ein Vehikel jetzt für den Innovationspark Artificial Intelligence, kurz Epi, hier in Halbbronn? Was war die Idee? Die Idee vom Land Baden-Württemberg war vor zwei Jahren eine Ausschreibung auszuloben, um das Thema Künstliche Intelligenz auf Landesebene tatsächlich zu pushen, damit man auch im internationalen Wettbewerb wieder mehr Fahrt aufnehmen kann. Das Thema Künstliche Intelligenz in die Anwendung zu bringen, ist ein ganz wichtiges Thema, weil da hakt es natürlich in Deutschland. Im Forschungsbereich sind wir exzellent, kriegen aber dann über die Publikation hinaus nicht eben halt das in Produkte und Dienstleistungen, wie es so schön heißt, salopp überführt. Und ein Ansatz, das zu tun, ist natürlich, ja, so einen Park hochzuziehen, der fußt ja auf dem Open Innovation Ansatz. Das heißt, Künstliche Intelligenz als Querschnittstechnologie ist ja jetzt quasi für alle da, alle nutzbar, kommt für alle. Also das heißt, jeder und jede muss sich damit auseinander untersetzen. Und so ein großes Thema kann natürlich keiner, keine Organisation, kein Unternehmen alleine tun. Deswegen macht es Sinn, das gemeinsam zu tun und das dann eben in Gestalt des ePi. Und weil du Open Ansatz eben angesprochen hast, gleich kannst du das vertiefen, Anna. Wie genau macht ihr das? Was ist eure gelebte Kultur beim ePi? Was sind die Bestandteile dafür, die wichtig sind? Damit genau am Ende dieses Anwendungsbeispiel, das Anwendungshafte, das Übertragen und so weiter. Weiteres Ausgründen hatten wir vorhin schon als Thema, dass das dabei rauskommt. Also ich glaube, zum ersten Punkt Kultur jetzt, wenn man auf das Unternehmen schaut, dass wir bauen dürfen, das muss man ja auch immer sagen, dann ist es sicher so, dass da bestimmte Werte relevant sind, die, das hat Ben auch schon angesprochen, stark eben in den Bereich reingehen, dass man ganz klar in der Zukunft noch wenig weiß, aber kooperieren werden wir definitiv. Das heißt, wir wissen wenig, gestalten alles on the go. Das ist auch so der absolute Glaube an den kontinuierlichen Wandel und das ist auch die Transformation, die alle Unternehmen ja umtreibt, auf die wir auch schauen, wenn wir jetzt mal nicht nur die Bürger im Blick haben beim Thema KI und da dann unterstützen. Das heißt, zuhörend, aber auch, ich sage mal, ein bisschen ratschlaggebend oder auch vor allem verbindend aktiv zu sein. Das sind auch die Werte, die ich hoffe, die wir bei uns im Team haben. Ganz egal, ob man im Bereich Bau oder Finanzen ist oder eher in einem Kooperationsbereich. Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren, weil dieses wir gestalten on the go, kannst du das mal mit Good Practices hintersetzen? Wie macht ihr das? Wo macht ihr das? Wer ist dann daran beteiligt? Einfach ein bisschen Praxisnahme. Ben hat es ja erwähnt, das Ganze ist als Projekt gestartet. Eine Idee, Land, Stadt, eben auch die Schwarzgruppe oder Stiftung, die auch gesagt haben, wir machen das. Das ist dann ein Projekt. Da passiert erst mal noch wenig. Wir bauen jetzt seit elf Monaten eine Firma. Das heißt, wir bekommen aktuell jeden Monat zwei Personen. Jetzt auch wieder Mike und zwei neue Kolleginnen mit ins Team. Und unser klarer Fokus ist auf alles, was ab 26 auf 23 Hektar passieren wird. In den Inhalten, die wir uns überlegen, in den Businessmodellen, die wir erarbeiten, in den Offerings. Wir haben aber gesagt, hey, wenn wir in der Zukunft ein Ökosystem-Community, das kann jetzt jeder schimpfen, wie er möchte, aber wenn wir halt eine große Netzwerkstruktur haben, die irgendwie agiert, dann wollen wir die Firma heute auch schon nach diesen Grundsätzen bauen. Das heißt, da, wo wir heute unsere Firma im Wohlgelegen mit eben zwei Stockwerken, wo unsere Kollegen, auch die neuen Kollegen zusammenarbeiten, da haben wir schon, ich sage mal, den Raum geöffnet, damit andere Unternehmen wiederum auch schon vor Ort sind, mit denen wir auch täglich im Austausch stehen. Gestern hatten wir Porsche da, die ihr kleines internes Eröffnungsevent hatten, dass sie eben ihre Teams jetzt auch bei uns im IPAI haben. Und nächstes Jahr, da kann auch Ben nachher noch ein bisschen was dazu sagen, entsteht nebendran ein neues Gebäude. Das hatten wir gestern schon. Und ab 27 dann eben 23 Hektar. Und das meine ich mit dem, das sind allein schon mal drei Autobahnen. Ich habe heute Operations. 27 Hektar. Ich kann mir das gar nicht körperlich vorstellen. Ja, das ist... Eigener Stadtteil, eigenes Stadtquartier. Ich würde aber gerne auch noch was ergänzen dazu. So das Thema Open Innovation, also nochmal da ansetzen, auch das ist ja was, was wir dann leben und verinnerlichen, weil die Zukunft ist ungewiss. Es ist hochdynamisch komplex. Das heißt, man kann sich dem Ganzen auch immer nur annähern, auch vom Mindset her, vom Doing her. Das heißt, unternehmerisch rangehen und lösen und halt einfach jetzt auch entscheiden, so jetzt machen wir mal. Und das haben wir jetzt auch. Anna hat es gesagt, wir bauen gerade die Firma auf. Also wir haben quasi jetzt den ersten Coworking-Space eröffnet. Eben auf 1200 Quadratmetern sind jetzt aktuell 20 verschiedene Institutionen und Einrichtungen da. Und auch öffentlicher Sektor und so weiter. Also nicht nur Privatwirtschaft. Aber auch die Stadtteil Bonn ist mit an Bord. Dann natürlich die klassischen Unternehmen, Corporates hier aus der Region produzierend. Also Porsche, hast du ja schon erwähnt. Schunk, Wirt, Schunk. Bringt mich zu einer Frage. Ich hake nochmal auf den Begriff Open rum. Das eine ist die technische Interoperabilität von Datentransfer. Das andere ist aber auch Daten als Currency. Also wie weit überwindet ihr auch das Mindset, das ist meins und das ist vielleicht mein Businessmodell und darauf baue ich das auf. Deswegen muss ich das für mich behalten. Also wie weit oder andersrum gefragt. Wo fangen die dicken Bretter an, wo genau das schwierig ist? Wir brauchen nur Stadt, Land, Kommune denken oder wir brauchen Privatwirtschaft, Lehre, da, da, da. Also wo sind da die... Das ist eine sehr gute Frage, da wir jetzt ja auch auf dem Weg sind und gestartet sind. Also so weit sind wir jetzt noch gar nicht. Im Moment ist es so, dass alle jetzt miteinander in Austausch kommen, dass ein guter Spirit da ist. Und natürlich wird sich das auf Strecke, also davon gehen wir auch fest aus, wird es dann bestimmt genau die Fragen dann auch zu klären geben. Aber jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir auch mit der Kuratierung, die wir haben, die Menschen miteinander in Austausch bringen. Und deswegen haben wir eben einen ersten Space gestaltet, weil es geht eben auch darum, so diese Silos aufzubrechen. kulturell eben halt auch mal bewusst wegzugehen. Und gestern hatten wir eigentlich ganz gute Gespräche dazu auch. Und von den Feedbacks her war auch so, hey, ich komme hier eigentlich zwei, drei Tage die Woche gern her. Auch mal so als Abwechslung zum Homeoffice oder als Abwechslung zu meiner Firmenzentrale, weil ich hier einfach gleichgesinnte Menschen treffen kann, die sich mit Data Science, Digitalisierungs-KI-Themen auseinandersetzen. Und Kulturthemen, die eher in den Transformationsbereich reinreichen. Also die jetzt gar nichts mit den inhaltlichen Fragestellungen oder eben Digitalisierung, Data Science und AI zu tun haben. Aber wie ist dann das Finanzierungsmodell? Zahle ich dann pro Tag für mein Desk, das vielleicht immer wechselt oder mein Stuhl oder was, zahle ich dann so und so viel Euro oder wie läuft das überhaupt? Also ich meine, ihr habt gesagt, ihr werdet gefördert, aber wie ist das, wenn ihr... Das ist, also wir sind erstmal ganz klassisch eine GmbH. Wir haben auch das große Glück, eine Stiftung zu haben, damit wir eben auch NGOs unterstützen können, wo wir sagen, die haben zum Beispiel jetzt im Bereich digitale Verantwortung Ideen, die wir auch in den nächsten sechs, sieben Jahren auch an dem Standort, in diesem Setup eben einfach mit wachsen sehen lassen möchten. Dann ist es so, dass wir ein bestimmtes Offering jetzt auch gerade erarbeiten. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wir sind ein Projekt gewesen, jetzt bauen wir eine Firma. Da fängt man an, wie man sonst auch anfängt. Man hat ein Businessmodell, die man definiert. Man hat abgeleitet irgendwie Personas und Offerings, die man sich irgendwo anschaut. Und dann probiert man einfach aus. Heute ist es so, dass wir einfach Raum zur Verfügung stellen und der kostet dann was. Und genau wie du es gesagt hast, wie man es auch von jedem Shared Office Space kennt. In Zukunft wird es sicher aber auch noch verschiedene Entwicklungen geben, wo, sage ich mal, die Mehrwerte noch mal ganz anders greifbar sind. Aber das entwickelt ihr eben on the fly, mit dieser Beta-Mentalität, dass ihr sagt, wir gucken, was gebraucht wird, wo die Offerings sich ergeben und so weiter. Mal kurz, was ich häufig empfinde, ist gerade, wenn wir über Schule und Lehre nachdenken, der Raum als unterschätzter Akteur oder als Akteurin, wo ich immer denke, Mann, wenn wir das mehr mitdenken würden, dann sind, aber wir hatten das vorhin mit Lernumfeldern und Lehrumfeldern, dass wir darüber völlig neu nachdenken müssen. Ihr redet von 27 Hektar. Da wird eine Menge Betonwasch. Ich rede jetzt nicht über Nachhaltigkeit von Baumaterialien, aber einfach, denkt ihr, na ja gut, aber ich will jetzt nicht in da eine ganz andere Thematik reingehen, aber wie weit denkt ihr in diesem Open Access Ansatz, Architektur neu, Architekturen, Mobilität veränderbar, flexibel? Ich glaube, das sind jetzt in dem Entwurf, der jetzt gewählt wurde von den Generalplanern vom Büro MVRTV aus Rotterdam. Das ist aber, also das ist ja erste Adresse. Könnt ihr mal googeln, wenn ihr die noch nicht kennt. Super innovativ. Ich glaube, da sind wir mit dem Kreis, mit der Grundform eigentlich relativ gut dabei. Es ist jetzt im Vergleich zum Apple Campus natürlich kein geschlossener Kreis, wo der Gebäudekörper einmal rund um den Park ist, sondern es ist ein offener Kreis, ein inklusiver Kreis, weil außenrum eben ein Weg mit verschiedenen, ja, Freizeit und Aktivitätsangeboten ausgestaltet werden soll. Also es sollen auch die Bürger, die am Wochenende hinkommen, um sich damit auseinanderzusetzen, ist die Idee. Und dann ist das Quartier selbst natürlich mit einer Durchmischung gedacht, also mit einem Mixed-Use-Ansatz, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch. Letzten Endes, dass man eben halt Büroflächen hat, eine Kita mit drin, dass es Einkaufsmöglichkeit gibt. Und die Kita nur für Mitarbeitende oder ist das auch offen? Ne, das soll dann auch offen sein. Also da sind wir jetzt auch noch nicht ins Detail runter, aber es sind so die Ideen, die dahinter stecken. Und auf dem Zentrum eben halt zylinderförmig ein großes Kommunikationszentrum, wo eben halt letzten Endes das Thema Künstliche Intelligenz ja, in Form von einem KI-Museum sich jeder und jede mit auseinandersetzen kann und erschließen kann. Lustig, KI-Museum klingt wie ein Paradoxon in sich selbst. Ich dachte gerade, der Begriff ist total irre. Man muss aber mit Bildern arbeiten, das muss auch die Botschaft transportieren. Es gibt aktuell ein Museum in San Francisco, das ist mir leider gerade der Name empfallen, oder eine Ausstellung oder ein Event, wo man wirklich sagt, wie wäre das, wenn KI, ich sage mal jetzt ein paar negative Themen entsprechend unterstützen würde und wie würde sich KI dann in 20 Jahren bei der Menschheit entsprechend dafür entschuldigen oder sagen, hey, das und das ist im Zeitablauf passiert. Und ich glaube, das Wichtige, oder weshalb Benjamin das Thema Museum nochmal anspricht, ist einfach, dass es nochmal ein anderer Grad der Erlebbarkeit und Erfahrung ist, um sich mit Themen auseinanderzusetzen. Also wir können viel unterstützend agieren oder, sage ich mal, verschiedene Player auch mit an den Tisch bringen, die Unternehmen wirklich in ihrer Reise vom Analogen ins Digitale, ins dann auch Data Science und AI-Umfeld begleiten. Aber meistens sind es auch ganz einfache Impulse und einfache Fragen, die man in einem Raum zur Verfügung stellt, ja, die dann auch nochmal Aha-Momente erwirken und eine ganz andere Zielgruppe natürlich auch ansprechen, ja, als das jetzt. Und das ist eben auch das Schöne und weiß von Virtue, das ist auch die Komplexität, nimmt ja kein Ende in so einem Sachverhalt, wo man wirklich auch für jeden mitdenken darf, weil wir die Stadt auch und das Land auch mit dabei haben. Aber ich glaube, wir freuen uns auf diese Herausforderung und haben eben auch heute schon tolle Partner und wir sehen, also es gibt viele, viele Anfragen. Es gibt mehr Anfragen, als ihr hosten könnt oder mehr, als ihr mit Anbord nehmen könnt? Für die Member auf jeden Fall, ja. Ja, wirklich? Für Partnerschaften sowieso, also für, ne, wir sind einfach nur ein kleines Team. Wie viel seid ihr denn im Moment? Wir sind jetzt zwölf und werden dann 14 nächsten Morgen, dann 16 und alles andere wäre auch nicht gesund, ja. Also dann würde ich auch sagen, also ich würde dann meinen Job nicht so machen, wie ich, woran ich glaube, dass man einfach sagt, wir machen das sehr sorgfältig und jeder muss dann auch wissen, was er macht. Und ich will jetzt gleich näher an die Hochschulbildung rankommen, Thema, was ja gesagt, KI-Campus ist Teil. Aber apropos, kurz, Fachkräftemangel, ihr habt offensichtlich kein Problem, die Leute zu rekrutieren, die ihr wollt? Bei uns nicht. Bei uns nicht eigentlich. Ich weiß auch nicht, ich würde da, ich habe schon einige Hypothesen gehört, wir müssen ja unglaublich viel bezahlen, ich kann sagen, es stimmt nicht. Ist das jetzt eine gute oder schlechte Nachricht? Also es ist einfach, ich glaube, man merkt, und der Moritz ist ja heute nicht da, aber wir haben einfach eine Vision, obwohl wir vieles noch nicht wissen, aber wie wir die Dinge aussetzen möchten und wir freuen uns einfach über gute Leute, also Stichwort auch Diversität. Wir haben Frauen und Männer, ich habe keine Stats dazu im Kopf, aber ich weiß, dass es auf der Sprache ist. Wir haben Deutsch aktuell, ja, das ist aber auch wirklich was, wo wir auf die verschiedenen Stadien uns konzentrieren. Wir haben hier jetzt gerade im Blick auf das Regionale oder auch das Überregionale und auch den Landesbezug und die Stadt vor allem auch gesagt, es gibt keine Notwendigkeit, dass wir alle Englisch sprechen müssen, unsere Sprache ist im Office, in der Kommunikation nach außen. Ich habe gerade gesagt, es ist jetzt Deutsch inklusiv gedacht im Sinne der Regionalität und extra nicht exklusiv. Nee. Nee, das auch nicht. Das ist, das kommt, wie es kommt. Und da geht es auch nicht darum, ob es Deutsch oder Englisch ist, sondern kann jemand die Sachen machen, die wir jemanden brauchen und hat jemand Lust, das entsprechend weiter mitzuentwickeln. Wir haben Kollegen, die über 60 sind, wir haben, da kennen wir jetzt eigentlich auch keine. Unser Ziel-Support, der ist auch sehr geschätzt. Absolut, ja. Ja, lerne ich in vielen Kontexten. Die Alten nicht aussortieren, wenn die 30 Jahre lang was Tolles gemacht haben, haben ein irrsinniges Wissen. Absolut. Und Lust vor allem auch noch. Mitnehmen in die. Ich habe auch gerade in der Studie gehört, dass häufig viele Alte, die schon so viele Disruptionen mitgemacht haben, total willig sind zu sagen, wir springen auf den nächsten Zug auch noch auf, weil wir haben schon fünf andere mitgenommen. Ich würde gerne auch noch einen Punkt ergänzen dazu. Also ich glaube auch selber so das Thema Vision mit Ambition gepaart, das zieht gerade. Also weil man halt hier wirklich war, eben Schritt für Schritt was aufbauen, was Neues aufbauen und auch so neu sind ja die einzelnen Faktoren, was ich betrachte da auch nicht, aber die Rekombination der verschiedenen Faktoren, dass man eben halt jetzt Hochschulen mit reinnimmt, dass man Firmen mit reinnimmt, dass man da eine interessante, innovative Architektur knüpft und all das, was drum herum zu bauen gilt. Ich glaube, das zieht viele Menschen an, die sagen, okay, ich möchte ja auch was mitentwickeln, was mit vorwärts bringen, Zukunft gestalten. Und das, weil du schon gesagt hast, Hochschulen als Teil der Lösung, kannst du da noch ein bisschen tiefer reingehen? Janine, welche Fragen stellt ihr euch vor, werden da dekliniert? Wie beteiligt ihr jetzt schon KI gegebenenfalls gedanklich in euren künftigen Prozessen, dass ihr sagt, wir selbst hintersetzen das bei zum Beispiel solchen Auseinandersetzungen oder im Miteinander mit Hochschulen? Gerade weil wir da so physisch drüber reden, also we walk the talk. Einfach fang mal an. Ich würde da fast eine Ebene oben drüber gehen. Der Grund, weshalb ich in Heilbronn bin, es gibt derart, Benjamin auch gerade gesagt, verschiedene tolle Projekte überall global, die ähnlich gelagert sind. Was Heilbronn super besonders macht, ist, dass man eben einmal das Thema Bildung, mittlerweile ist es ja auch, es ist keine, ich habe es heute Morgen wieder diskutiert, es ist halt keine originäre Universitätsstadt, aber jetzt ist es eine Universitätsstadt und die duale Hochschule ist hier und die Hochschule ist hier. Wir haben die 42, also auch ganz neue Ansätze in der Lehre, die hier vor Ort sind. Und das ist ein Pillar neben dem Commitment des Landes, was eben auch da ist und der Stadt und eben dem, was auch an Ressourcen wirklich für die nächsten zehn Jahre, sage ich mal, in dieses Projekt reingegeben wurde. Und diese Helix-Logik, die sucht man oftmals vergeben, auch gerade, wenn man nach Europa schaut. Man findet meistens eine dieser Komponenten oder vielleicht zwei dieser Komponenten. Aber das ist der Grund, weshalb ich da bin, weil ich wirklich unbedingt daran glaube, dass wir es genau in diesem Setup schaffen, hier auch wirklich schneller zu sein, als es sonst der Fall ist. Und das ist wirklich, ich meine, dafür sind wir in Summe da. Es ist ein deutsches Vorhaben aus Europa heraus. Wir haben andere Länder, das muss ich hier niemandem erklären, oder Nationen, die ganz anders Dinge angehen. Das ist auch genau richtig, aber wir versuchen das eben, oder wir werden es, auf europäischen Werten basierend denken und auch in den Anforderungen, die daraus entstehen, auch in der Sensibilisierung mit Unternehmen, Partnern, aber auch Menschen, die da sind. Wenn ihr mein, oder nicht mein, wenn ihr das Tablet netterweise für mich habt, ich kann im Moment jetzt, weil ich sie hier nicht sehe, keine Fragen aus dem digitalen Raum aufnehmen, wenn ihr so lieb seid, das mir hier nochmal zu stöpseln, dann nehme ich, oder auch jederzeit eure Fragen hier aus dem analogen Raum. Ihr seid den ganzen Tag über so aktiv, seit heute Morgen um 9 Uhr, deswegen lasst mich nicht hängen, das wäre ganz toll. In Baden-Württemberg gibt es ja auch wahnsinnig viele, diese sogenannten Hidden Champions. Manchmal frage ich mich, sind die eigentlich noch so hidden? Also nein, aber genau diese Kraft Automobil und so weiter, setzt ihr da auch auf bestimmte Sektoren, oder seid ihr komplett, ich sage jetzt nicht Sektoren offen? Wie ist das in eurem Ökosystem? Ja gut, wir haben uns natürlich, weil Küstliche Intelligenz ein Querschnittsthema ist, und natürlich ultrabreit, jetzt zumindest, ich argumentiere jetzt auch aus der Antragsbewerbungslogik, und jetzt der Aufbaulogik, haben wir uns natürlich schon gesagt, dass wir uns auf typische Sektoren, die hier ansässig sind, konzentrieren. Ganz einfach vor dem Grund, weil auch vor Ort eben starke Partnerunternehmen da sind, die das mit unterstützen, damit reingehen. Also ein Beispiel wäre so der Sektor Produktion, Automotive natürlich, hier in Heilbronn, Neckar-Sulm, das zweitgrößte Audi-Werk ist natürlich hier, mit einer langen Tradition, dann Handeldistribution natürlich ganz klar, die Schwarzgruppe als eben einer der Hauptinvestoren, der hinter steht, und natürlich auch als Partner, der auch eine Entwicklung eben gehen möchte, im Bereich Künstliche Intelligenz, Data Science, oder im Bereich Business to Business, wird natürlich auch eben nicht weit weg, ein paar Autobahnausfahrten weiter, und so kann man das fortsetzen. Public Sector, haben wir noch gesagt, wäre uns auch ein wichtiges Anliegen, dass wir das in irgendeiner Form mitdenken und Angebote für schaffen und da die Akteure miteinander vernetzen, weil gerade die Corona-Pandemie hat ja gezeigt, unser ganzes staatliches Verwaltungssystem braucht eigentlich ein Update, das ist irgendwie noch im Papierzeitalter stecken geblieben. Wir sind in, ich komme ja aus Berlin, das Thema E-Government, jetzt haben wir ja eine neue Regierung da, mal gucken, da ist ja die große Rede von Verwaltungsreform, bringt mich zu einer anderen Frage, geht zurück an die vormaligen Vorträge, das Thema GPTs, mich würde interessieren, wir haben, glaube ich, bundesweit 300.000 Verwaltungsmitarbeitende, die in Rente gehen, wenn ihr, also in den nächsten zehn Jahren, geht ihr davon aus, das ist jetzt so ein bisschen, fange ich an, Blick in die Kristallkugel, geht ihr davon aus, dass dieses Thema assistierende Kooperation mit KI, auch in dem, was ihr da diskutiert, diskutieren werdet in eurem Hub, wirklich auch für die Verwaltung der Zukunft, gerade was die Fachkräfteproblematik da angeht, einer der Lösungsstrengths sein wird? Also ich persönlich glaube, ja, das kann ein Lösungsansatz sein, aber auch da braucht es natürlich dann wieder Menschen, die das anpacken und die Angebote entwickeln. Also deswegen ist zum Beispiel auch das Thema Start-ups und Start-up-Förderung aus dem Ökosystem Halbbronn heraus, sage ich jetzt mal, es gibt ja den Bildungscampus, die Campus fahren, dass die jetzt schon auch mit uns zusammen und den Zukunftsfonds Halbbronn, zum Beispiel die AI fahren und das als Programm launchen, dass man da eben Ideen auch frühzeitig eben halt auch in die Anwendung bekommt und die dann über unseren Hub auch wieder einsteuert in die Community und dass daraus dann eben auch iterativ die Geschäfte und Geschäftsmodelle entstehen. Und auch das ist es, E-Pi als Plattform eben halt gibt einen halbwegs geschützten Raum, um auch mal was auszuprobieren. Ja, wir haben Fehler, also das Thema Fehler machen. Fehlerkultur, ja. Ach ja, toll. Ja, Conny, wenn du fantastische Fragen hast, die da reinkommen, sei doch so lieb. Wir haben unsere fantastische Mitarbeitende, eine unserer drei. Conny, neben Mira, wenn du eine tolle Frage hast, mischst du dich einfach akustisch ein? Ja, mache ich auf jeden Fall. Oder Widerspruch oder was auch immer. Es ist noch ein bisschen still. Okay, wenn sich das ändert oder ihr macht, okay, Merkwahl. Es ist Nacht- und Mittagspause. Ja, ja, wir hätten auch jetzt einen Mini-Hack machen können, körperlichen, können wir gleich machen. Jetzt habe ich aber ganz kurz darüber meinen Faden verloren. Ratter, ratter, ich komme gleich dahin zurück. Warte, was wollte ich? GPT-Style-Lösung. Ja, nicht GPT. Jetzt hatte ich noch eine andere Frage. Das Thema Anwendung, was ja bei euch ganz groß in die Anwendung bringen, die Dicken. Die Dinge. Zwei Fragen dazu. Die eine Frage ist, was sind die dicken Bretter, in dem Schritt von Forschung, Entwicklung oder was, in die Anwendung zu kommen? Oder was ist in Bezug auf die Praxis näher, auf die Anwendbarkeit, auf das ins Leben bringen? Eine Frage, die ihr euch im Rahmen der Entwicklung, lange, lange Frage, des IPI-S stellt, auf die ihr noch keine Antwort habt. Viele Fragen, die wir stellen. Okay, sag mal, was ist eine echt spannende Frage? Welche Frage du jetzt willst, nimmst du dir raus? Zu dem ersten Punkt, die Anforderung, irgendeine Hilfestellung in irgendeinem zukünftigen Setup zu einem so breiten, aber auch so spezifischen Thema wie KI in irgendeiner Weise aufzubauen, ist ja immer ein Anspruch an eine positive Vision dessen, was möglich ist. Also beispielsweise jetzt in dem Lösungsspielraum, den du vorhin aufgemacht hast, oder was Ben gesagt hat, klar kann es sein oder sollte es möglich sein, dass man bestimmte Berufsprofile dadurch unterstützen kann, wo wir jetzt schon wissen, dass wir einen Mangel haben werden in der Zukunft. Die Wahrheit ist ja, das haben wir in allen Industrien und in allen Bereichen und wir merken es heute schon. Und auch wenn super viel Bildung hier am Standort stattfindet und wenn es nochmal doppelt so viel wäre, wäre es immer noch nicht genügend, um das, was transformativ von den Unternehmen eigentlich in den nächsten Jahren verlangt wird, entsprechend abzubilden. Das heißt, dieses Upskilling und Reskilling und Erklärende und Aufbauende ist ein roter Faden, der sich von heute bis zum Ende durchzieht. Und man muss immer wieder schauen, wann man wo den richtigen Absprungspunkt findet und welche Menschen dann die richtigen sind, die eben einfach mit noch dazukommen. Ich glaube, Fragestellungen würden wir lösen, wenn wir jetzt unsere Business-Modell-Themen in diesem Jahr ein Stück weit weiter vorantreiben und wirklich auf dem Weg die ganze Zeit, wir lösen eigentlich jeden Tag Tausende von Fragestellungen und die Erkenntnisse verwirken wir wieder darin, dass wir in den nächsten sechs Jahren Orientierungs-Guidelines haben. Du hast vorher nach den Industrien gefragt, da sind aktuell die, die Ben angeführt hat. Wenn man das kritisch anschaut, ist da alles drin. Das heißt, da ist gar keine Art von Fokus gegeben. Das ist aber auch bewusst so, weil wir jetzt erst mal in diesen zwölf Monaten stark zuhören, viel aufnehmen, viel mit etablierten Netzwerken sprechen. Wir wollen die Dinge nicht neu machen. Gerade jetzt auch, wenn es von der Forschung in die Anwendung geht, an den Transferschnittstellen, gibt es viele Institutionen, die kommen aus der Forschung und bauen jetzt auch genau von der anderen Seite dieses Thema auf. Und ich glaube, wenn wir jetzt die Zeit nutzen, das alles entsprechend uns anschauen, dann können wir genau, wie wir es heute auch schon erfahren, die Themen einfach weiter treiben lassen. Erst du. Ich würde mich gerne, den machen wir von der Frage. Ach so. Ich will euch gar nicht unterbrechen. Ich hätte eine Publikumsfrage. Oh, zu gern. Can you hold your breath? Ja, of course. Okay, Publikumsfrage von Stefan und dann macht Ben weiter. Sehr gerne, genau. Stefan Gölner von KI Campus hat mich ja eben schon mal kurz vorgestellt. Einfach nochmal die Blickrichtung auf Europa. Es wurde ja auch gesagt, dass Heilbronn hier gar nicht nur so im deutschen Kontext hervortreten will mit der Thematik oder als Hub für das Thema KI, sondern auch praktisch europäisch einladen will, sich hier zu verorten und von hier aus das Feld aufzurollen. Und wir hören ja auch immer wieder, das ist eigentlich nötig, damit wir da wirklich eine starke Bank bilden können. Wie soll das gelingen? Gibt es da auch schon Feedback? Also kommt da schon was zurück und man sagt, yeah, let's go to Heilbronn? Oder wie verhalten die sich da jetzt aktuell? Gucken die erstmal alle zu und schauen? Oder gibt es da schon? Von allem etwas dabei. Ich glaube auch wichtig, wir machen keinen Explorationsplan nach Europa, sondern das, was wir hier tun, basiert auf europäischen Maßstäben. Und ich glaube, die Frage, mit wem man wann, wie was aufsetzt und macht, hängt immer ab, wie viele Ressourcen überhaupt zur Verfügung stehen, egal in welcher Dimension und welche Opportunität sich bietet, wo der Zufall eben auch einfach mal da ist. Und wichtig ist einfach nur, dass man europäisches Setup stärker in den Vordergrund setzt oder stärker sich abgrenzt zu ansetzen, die wir jetzt über die letzten 10, 20 oder auch 30 Jahre eben schon erfahren durften, die aus anderen Ländern kommen, die den Menschen nicht notwendigerweise im Mittelpunkt sehen. Und da ist eben auch eine Opportunität drin. Die kann auch wirtschaftlich auszulegen sein. Aber anknüpfen an das, was Stefan fragt. Aber glaubt ihr, also ich meine, Berlin macht ja auch dicke Hose mit KI und so. Es gibt ja auch andere Städte, die sagen, wir sind da total führend. Nochmal daran angeknüpft, glaubt ihr, jetzt mal ein bisschen in die Zukunft geguckt, das läuft alles sensationell und ihr habt da einen fantastischen Campus auf 27 Hektar ausgebildet und so weiter. Und das ist das totale macht dich glücklich Programm. Geht ihr davon aus, dass die Sohkraft, die eben auch mit diesem Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg kombiniert, das ist ja Treasure, das wissen ja auch EuropäerInnen da draußen, dass das zu einer Sohkraft für die Region führt, zu sagen, wir werden weitere interessante Unicorns oder was auch immer womöglich hierher ziehen? Unbedingt. Ja, ich persönlich glaube da fest dran. Wir merken es auch schon. Das ist auch merkbar. Nicht so viel drüber sprechen. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ja, mit dir, Sebastian Thrun, sprechen wir täglich. Sondern das sind Themen, die halt Zeit brauchen. Okay. Ich glaube, wir haben, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, die Faktoren, und Anna hat es auch gesagt, sind ja da, sind in halb Bonn, ist in knapp zwölf Jahren ein Bildungscampus entstanden auf 100.000 Quadratmeter mit verschiedensten Bildungs- und Forschungsinstitutionen, alle immer mit dem Schwerpunkt auf die Anwendung bezogen. Jetzt gibt es die Initiative hier mit dem Innovationspark Künstliche Intelligenz. Der Bildungscampus wird nochmal erweitert. Die Schwarzgruppe hat Ausbaupläne. Audi ist mit seinem Werk natürlich auch sehr gut aufgestellt für die Zukunft, weil es da auch schon ein sehr innovatives Projekt gab. Also ich glaube hier, die Mischung und die Faktoren, die stimmen, das passt. Und das hat tatsächlich das Potenzial, in der Kombi hier die Zugkraft zu entwickeln. Gestern hat der Vertreter, der da war, von der 42. hat sich auch gesagt, der hat gesagt, das gibt es auch in Wolfsburg und Berlin. Aber keiner, wollte die anderen nicht bäschen, aber hat gesagt, es gibt die Dichte an Kooperationsmöglichkeiten mit Unternehmen in zweistelliger Zahl, das haben nur wir hier oder ihr, das gibt es irgendwo anders so nicht. Ich würde gerne noch zum Punkt von vorne zurückkommen, was beschäftigt uns, also mich zum Beispiel, aus der Beobachtung heraus würde ich mit dem auch nochmal gerne nähern. Das Thema Kultur ist, glaube ich, auch eins, was wir stark im Blick haben sollten, weil wir kommen sehr geprägt aus dem Industrial Mindset, sage ich jetzt mal. Was produzieren, was optimieren, hochskalieren, ausrollen, das können wir gut. Nur diese Vorphase eben halt ins Experimentieren reingehen, also Stichwort Fehlerkultur, offen in was reingehen. Ich glaube, da müssen wir noch üben und trainieren, auch aus der eigenen Beobachtung heraus. Wir hatten letztens eine Veranstaltung übrigens auch ums Thema Reallabore und Reallabor verstehen wir jetzt erstmal darunter, dass wir jetzt im nächsten Gebäude eben halt so eine Werkhalle, so eine Größe von der Halle hier schaffen, wo wir eben gemeinsam eben halt mit Startups und Forschungseinrichtungen und Hochschulen und Firmen eben halt an KI-Themen arbeiten, also Stichwort eben halt KI in die Maschinen reinbringen, KI in Fahrzeuge reinbringen. Und in der Diskussion hinterher fand ich es auch wieder ein Stück weit typisch, also ich möchte es jetzt auch nicht verurteilen, aber es ist eine Beobachtung, die mir einfach aufgefallen ist. Die erste Diskussion war eben, was ist mit IP und was ist mit Datenschutz? Und wie verteilen wir das? Also so das Stichwort, das Pferd von hinten aufzäumen oder halt das Fell des Bären verteilen, bevor er eigentlich erlegt ist. Und ich würde gerne auch als Appell jetzt dahin, hey, lasst uns doch mal Abstand nehmen vom Industrial Mindset und gucken, dass wir vielleicht auch erstmal wieder einen Bären erlegen, bevor wir ihn verteilen. Mich würde genau an das anknüpfen, was du gerade sagst, interessieren, wie ihr das eigentlich teamintern macht. Also ihr scheint euch ja Leute ranzuholen mit dem Mindset, das ihr braucht, um das zu mehren, um genau diesen Humus zu erzeugen. Aber macht ihr Fridays oder macht ihr Ressourcenarbeit oder geht ihr gemeinsam auf Yoga-Wochenenden oder das alles nicht? Nein, aber wie sorgt ihr dafür, dass ihr selbst durchlässig bleibt für die Kultur? Also dass wir nicht alle, wir kennen das ja, in der Maschine versinken mit den Fingern hier. Ja, auch das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber... Kurze Antwort. Ich habe lange im Bereich Transformation gearbeitet, viele Führungskräfte, Teams begleitet, um genau immer wirklich zu schauen, Strategie, Struktur, Kultur, Leadership, wie passt denn das noch zusammen? Und das muss man ja dauernd und jeden Tag und jede Minute eigentlich machen. Jetzt habe ich es vorhin gesagt, wir sind jetzt zwölf, das ist so eine Größe, wo schon die ersten Transparenzen nicht mehr einfach so funktionieren, weil man sich eh täglich sieht, egal, nicht im Kanal. Und da muss man halt anpassen und die richtigen Methoden entsprechend bringen oder eben auch das Leadership nochmal anders sensibilisieren. Wir bekommen jetzt auch, sage ich mal, ein erstes Level an Seniorität nochmal mit an Bord, wo natürlich dann auch wieder viele Dinge abgefangen werden, andere Herausforderungen, aber auch erwachsen. Aber das ist, glaube ich, stark auch, hoffe ich, bei uns im Team zu spüren, wie wir die Themen angehen, wie wir auf Sachverhalte schauen, wie wir auch das Team fordern. Wir haben keine Yoga-Wochenenden bisher gehabt. Wir hatten noch nicht mal ein Team-Off-Seite. Steht jetzt aber an für Juni, wo wir aber auch ganz stark zum Thema Visionen und Businessmodelle sprechen und dann Abendzeit nochmal zusammen. Okay, aber dazu noch zwei Fragen. Wie reguliert ihr denn Online, Offline, Homeoffice, Dasein oder so? Also jetzt bei den zwölf Leuten, die ja erwachsen werden. Auch ganz klar, das ist auch in jedem Interview Thema. Wir sagen ja immer, das Beste ist, ein Team arbeitet fort zusammen. Also theoretisch belegt ist auch einfach klar. Wenn man zusammen vor Ort ist, arbeitet man als Team am besten. Jeder hat aber sein eigenes Leben. Jeder hat seine Themen, die er noch mit reinbringt. Und dementsprechend geben wir als Richtlinie vor so drei Tage uns irgendwie Offizieren, zwei Tage sind Homeoffice. Wir haben Kollegen, die sind, weil sie zum Beispiel aus Holland kommen, eine Woche da, eine Woche nicht. Also wir haben da kein fixes Setup, wo wir jemanden reingeben. Wir schauen uns jeden an, jedes Individuum, das mit seinen Anforderungen kommt, haben aber trotzdem diese Orientierung immer ganz klar. Ja, weil wir daran auch wirklich glauben. Und wir eben auch, wir haben viele auch Termine über, wir versuchen auch gerade in so einem Aufbau, und den werden wir ja immer haben. Der Aufbau wird die ganzen sechs Jahre jetzt eigentlich bleiben. Das setzt wir ja auch ein bisschen voraus, dass eben halt, Stichwort Eigenverantwortung bei der einzelnen Person, beim einzelnen Menschen, dass da halt gut was da ist, dass man damit umgehen kann, weil wir arbeiten auch sehr ergebnisorientiert. Okay, letzte Frage noch für die letzte Minute oder vorletzte. Ihr kuratiert die Neuen, die mit in euren Hub mit reinkommen. Was sind die Faktoren, die ihr abprüft? Also ich verstehe Mindset, Innovationsbereitschaft und so weiter, aber was ist wirklich der harte Faktor, außer wir bezahlen den Arbeitsplatz? Ja, Proofpoint, dass du das, was du machen willst, schon mal gemacht hast. Also bei Projektzentrum ist natürlich schwieriger, aber ich sage mal so, wir werden keine Beratungen bei uns im Haus haben, die irgendwie auch mal was mit Data Science machen, sondern die, die vielleicht eine DNA haben, also die wirklich so entstanden sind. Ja, die haben schon auch rücklicher ihren Platz in der Zukunft. Aber bei allen Arten von Partnern und Membern, bis hin auch zu den Hochschulen, das war auch eine deiner Fragen vorhin, schauen wir stark darauf, dass das dann auch die Programme sind, die schon mit Data Science und AI zu tun haben oder und vielleicht auch idealerweise auch cross-funktional in Universitätsstrukturen angelegt sind. Ja, weil das ja ähnliche Setups sind, wie wir sie auch von den Unternehmen kennen, in den Transformationsfragen. Okay. Vielleicht noch ein Punkt zur Ergänzung dazu, es ist ja auch eine KI-Community, die wir bauen und die entstehen. Und Community heißt natürlich geben und nehmen. Das heißt, jeder, der hier jetzt mitkommt, auch wenn er jetzt dann für den Space was bezahlt, muss natürlich auch bereit sein, was mit reinzubringen, reinzutragen. Weil sonst würde es auch nicht leben. Und das ist dann auch so ein Thema, wo man... Okay, also gehen wir davon aus, dieses Resome ist so lebendig, wie ihr euch das vorstellt. Sucht euch einen Zeithorizont aus. Was seht ihr in der Kristallkugel? 3, 5 Jahre, 2,30, 2,45, völlig egal. Was seht ihr? Kurze Antwort. Jeder einen Satz. Hä? Ich denke, ihr arbeitet an Visionen. Ja, 2,30 steht für mich das Quartier. Und da gibt es auch schon ein erstes Start-up, wo eben halt durchgestartet ist, mindestens. Okay, okay. Wir sprechen dann wieder. Was siehst du? Ich sehe einfach einen Beitrag zu dem, was wir als Wirtschaftsstandort Deutschland leisten müssen, nämlich die Unternehmen, die uns die letzten Jahre so viel Wohlstand auch beigebracht haben, in ihrer Überlebensfähigkeit entsprechend zu unterstützen. Okay, allerletzte Frage. Wann ist... Seid ihr klimaneutral als Standort? Ab wann? Wie jede Anforderung auch. Also ich glaube, bist du der Experte aus dem Bau. Also klimaneutraler Betrieb ist das Ziel. Wann? Ja, wenn halt das steht. Also erste Hochbauten stehen 2026 und bis dann der Vollausbau da ist. Okay, 20,30. 20,30. Okay, in diesem Sinne. Vielen herzlichen Dank. Danke. Danke, dass ihr eingesprungen seid. Ja, gerne. Ich habe viel gelernt über das IPAI. Vielen herzlichen Dank. Ich bin sehr neugierig, was kommt. Danke. Tausend Dank. Vielen herzlichen Dank.